Warum eigentlich nicht besser hier wohnen, wo man Platz zum Atmen hat, wo selbst Opi bestens connected ist oder man die Sonne gleich mitmieten kann, wo sie einfach wissen, wo der Hammer hängt und man sich kümmert. Warum nicht wohnen, wo Köln wohnt, seit 100 Jahren. GAG Immobilien, besser hier zu Hause. Vielen Dank.